Ok, Willkommen zurück zu Resident Evil 5 mit Delive Force. Ja hallo zusammen! Und... Daddy! Ja hallo zusammen! Jonge, hör auf mich zu kopieren, du Arsch! Hallo! Ich bin der einzig wahre Force, merkt ihr das? Das glaube ich! Ja, Shmorki, soll ich denn schon anfangen? Ja, wir haben letztes Mal... Acceler erledigt. Das Halbschiff explodiert gerade. Und... Ja, es bleibt nur noch Wesker übrig. Mhm. Ich hatte eine Attacke. Wow, wow, wow. Macht auch die DLCs. Ja. Die werden auch kommen. Ah. Sofern ich die ganzen ersten Parts noch gerendert habe. Ich glaube, ich habe jetzt soweit alle Zombies, die in der Nähe waren, glaube ich jetzt eliminiert. Ich glaube, da dürfte jetzt keiner mehr... Ok, ich habe nichts gesagt. In den Arsch geschossen, aber hallo! Hier haben wir... Ah, grünes Kraut. Kann der immer gebrauchen. Ich habe noch ein paar Granaten übrig. Gib die vor Ort. Als ob. Na ja, obwohl ich kann... Hier kann ich sehen, es ist keine Random-Granate feuern. Hm. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Ich denke nicht, wenn ich sie quasi ausgerüstet habe. Was haben wir denn hier? Oh, ein Maschinengewehr für dich. Ja. Bloß leider... bin ich voll. Äh, ja, ich nehme schon. Schmacki ist voll. Das zerklettert sich. Oh nein, nicht die Stelle. Oh nein, ich erinnere mich wieder. Aber... Ich habe da was Schönes gefunden. Mit dem Bereich des Tors. Mal schon was dazwischen hinkommen. Oh, 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 oh. Da raffelt's im Kartoffen. Äh, äh. Achso, man muss ja... Was zum... Äh... Da falle... Was ist gerade passiert? Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist, aber du bist gestorben und ich bin gerade nach dir gestorben. Es ist was Gutes bloß. Na, ich war noch am Leben. Du warst derjenige, der zuerst gestorben ist. Ah, ah, bleib mal kurz eben noch stehen, ich kann ja nicht mal um die Arschkeigen. Oh, okay, der hat sich selber gegrillt, auch gut. Ach, scheiße. Okay, den hast du gerade abgeknallt, ich sehe schon. Pistole Munition. Oh, ich nicht. Grüne Scouts. Und ich bin theoretisch gleich verbinden. Erstmal wäre es schön, wenn ich hier... Warte mal, hab ich noch... Ja, ich habe tatsächlich noch Plätze frei für Kräuter. Okay. Ich muss ja gerade den Zombie sterben hören. Handgranate... Schrotgewehr, das kann ich immer gebrauchen. Was sind wir hier? Was sind wir hier? Was stehen dir wäre Munition? Das kannst du gebrauchen, das gebe ich dir dann gleich. Gibt mir hier noch irgendwas? Hast du gerade ein grünes Kraut oder ein rotes eingesammelt? Grünes. Okay. Oh, kannst du nicht bringen, Freundchen. So. Ähm. Ach so, du hast mich. Okay. Soll ich denn schon das Ding aktivieren? Ja. Ah, lecker. Oh, die lebt noch. Einer lebt da noch. Oh. Alter. Wow. Oh. Oh. Was ist doch das denn jetzt gerade? Eine Granate anscheinend. Wobei, das war ich gerade mit der Granate. Hier ist Magnum Munition. Ach… Ach… Wow, 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 wow. Schön, dass ich. Danke. Ich höre eine Granate. Ja, ich hab's auch gehört. Die Arschgeige war da oben, ich hab's gerade auch gesehen jetzt. Ich will da nicht rüber. Und was gab's da vorne nicht? Ich will da nicht rüber, ich will da nicht rüber, ich will da nicht rüber, ich will da nicht rüber. Oh Gott! Au, 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 äh, Schwaki! Wo bist du? Ich bin doch auf der anderen Seite, beeil dich! Ach, verdammt. Vielen Dank auch, Christian! Das war gar kein Dark Souls-Ziel. Das war der Geschützturm. Maul. Danke, Schwaki! Der musste jetzt. Ich dachte, der Geschützturm wäre schon da hinten, dass wir den benutzen könnten. Ja, ich habe letztens gefunden. Bleib wieder stehen, ich kümmere mich wieder um die Zombies. Aber es schien ja später zu kommen, der Geschützturm. Jedenfalls, so wie der Geschützturm da ist, hin und benutzen. Hinter einer von den Schotten war das gewesen. Ist ja kein Dark Souls, der war echt gut. Ja, weil ich den Schriftzug so oft lesen kann. Ich dachte, das wäre eine Dark Souls-Mod. Ja, okay. Alter, ist doch ein Wundercode gegrügt worden. Irgendwo hier höre ich noch ein Zombie. Achtung! Der hält jetzt erst mal die Schnauze. Wir bleiben noch schöner am Leben, Schmacki, ne? Das nehme ich gerne mit. Und hier, die Maschinengewehr-Munition. Okay. Das Ding war mit für dich. Ich glaube, wenn die beiden Tanks kamen, dann war... ...konnte man zum Geschützturm hin. Ja. Opening secondary bolt hall. Pre-reaching to the safe distance from the bolt hall. War das schon noch ein grünes Gekau, oder? Habe ich mich gerade irgendwann geguckt. Jetzt kommen welche Typen da raus, da oben. Oh. Oder auch... Alalalala. Schmacki, wie wärst du, wenn du dich mal nicht selber grillen würdest? Äh? Force und Schmacki, da spitzen sie also unter Einsatz gemacht, okay. Ja, okay. Die Spanchen. Force ist, verstehst du, Force? Ich auch, Hitmi. Du, ich auch. Oh, toll. Warum fallst du so? Oh, wo ich sie gerade aufschmetzeln wollte. Oh, oh. Oh, fuck. Hä? Äh... Jetzt... Das verstehe ich jetzt auch gerade nicht so ganz. The fuck? Was ist gerade passiert? Der vor. Daddy. Und wieder. Das witzige ist, letztes Mal kam mir besser durch mit den ersten zwei Schotten. Das stimmt. Da hatten wir nicht so große Probleme wie jetzt. Der ist hinüber. Da war doch noch einer irgendwo. Ah, da. Ah, du kleine Affe. Ich glaube, Zombie-technisch ist hier nichts mehr. Außer da unten. Boah, es hat sich die Lage irgendwie. Hm. Seitdem jetzt schon wieder im Holzen. Auß. Der vor. Äh, nochmal was hätte die Frage nicht ganz verstanden. Wie lange fangen die hier schon wieder am Holzen seid? Noch nicht so lange eigentlich, oder? Ach gut. Noch nicht ganz so lange, ne. Ach, aber da war mein... Nur 15 Parts. Äh, Leute. Da sind geile Sachen dabei. Oh, ja. Auf das Highlight kannst du dich jetzt schon mal freuen, Hedy. War mir dein Rettungsboot dabei? Äh, ja. Nein. Aber eine andere Sache, ne, Schwacki? Äh, lol. Das war der... Ja, geht. Ja, geht. Du bleibst liegen. Danke, Schwacki. Guck, dass er das selber nicht trifft. Bleib mal stehen. Ja, ist hinüber. Ich hab da schon ein Rennen sehen. Ja, da kommt er. I see it. Voll. Und tschüss. Das war's. Welcher Bastard war das? Ich weiß es nicht, ich weiß auf jeden Fall nur, dass die Bastarde jetzt gerade tot sind, die ich mir vorgenommen habe. Der Forst ist wieder an die Mahouche. Ach, da oben war glaube ich einer, habe ich gesehen, glaube ich. Oh fuck, ein Kokon. Ich habe den Bastard gesehen, der da eben oben war. Okay. Ich werde jetzt vorgenommen. Komm da raus, du feige Sau. Krieg dich so oder so. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Okay, der Granattyp ist tot. Und da oben ist einer. Los, Toers. Zeig, was du kannst. Mach ich schon wieder. Oh 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 1 Ich habe es noch nicht mehr zu verraten, aber ich habe es noch nicht mehr zu verraten. Ich glaube hinter dem Tor waren die Geschütztürme, aber hier haben wir noch was drinnen in den Raum. Stickstoffgranaten und rotes Kraut. Ja, kann ich nur nicht mehr kombinieren, weil ich schon gerade die grünen Kräuter benutzt habe. Granaten und rotes Kraut. Ich hab da noch was für dich, falls du nicht schon voll bist. First Ad Spray, Minen. First Ad Spray? First Ad Spray, ja. Scheiß, warte mal, ähm. Das Gewährmonition, das kannst du glaube ich haben. Ja, das kannst du nicht verbrauchen. Schnapp dir mal die Minen. First Ad Spray hab ich mir jetzt mal gekrallt. Gucken wir mal kurz eben da drüben um einmal. Gut könnte... Äh, so wie das Tor offen ist und auch weit genug offen ist, durch und ab zu den Geschütztürmen, wenns geht. Ich glaube mein Bestes, ob ich es überlebe, ist ne andere Frage. Ich glaube hier war noch ein Checkpoint gewesen, bevor wir das gleich machen. Ähm. Ich sag das auch gar nicht. Ich sag das doch immer. Boah. Ich sag das nicht. Ich sag das nicht. Das ging auch ganz neu. Dieser ist ja auch. Das war ein meiner Meinung nach. gegnern verdammt man geht davor er ist als er dieses Ziel ihr seid gestorben es ist nicht da hat er liebt also Schnauze auf dem billigen Platz. Naja so häufig wie die hier ins Gras beißt könnte man das schon denken du verwirrst Schwunger doch die Eifeldinger da so eine Pumpkan ja genau ich bin auch genau da oh ich kann auch nicht durch gestorben halt die Klappe einfach Schnauze auf dem billigen Platz hinten ja hier kommt da so eine Vermutung was weil das Dreh sind dann Eifel nicht so da für Spiele was das habe ich jetzt nicht verstanden egal doch auch ist das sein Fakir Ernst Eilte ich hasse diese Drecksplanung es gibt die Befurt und die wollen jetzt so unbedingt auf die Tour bitte schöne gewisse jetzt eben eine kostprobe meiner stärksten waffe der mund so vielleicht bringt das ja was einer geht noch ach der er hat das war gut komplett umgebracht das wäre es jetzt noch ich baller dem noch mal auf seine Geschwülze das ist doch schon eine Bestreuerung ist der grad stand der grad in der Luft ist der das ist der 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 Scheiße Mal schauen komm ich da schon Okay, sprinte mal zum Turm Ich glaube ich verfilm es nicht, weil das Spiel gerade ein bisschen zu eng Dann lockst du hier rüber Ich glaube ich verfilm es nicht, weil das Spiel gerade ein bisschen zu eng Leichter gesagt als Au Leichter gesagt als getan Uh, ist mein Käft Gestorben Nope Ich habe jetzt keine Option Ja Dennis ist schlicht Okay, ich habe ihn mit Visieren Sehr schön Oh 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 Hm Okay, er ist auch tot Wenn ich so schnell immer ankommen würde, dann könnte ich dann jetzt noch mal seine Eiterbräule in die Finger kriegen Ja dann lockst du mir, ich kann es vielleicht abknallen Erstmal knall ich den Zombie ab Erstmal knall ich den Zombie ab Ist es tot? Nein es lebt noch Sag mal wieviel HP hat dieses Mal dein ist fake viel eigentlich Das tue ich doch nicht Was? Trefft ihr überhaupt richtig? Ja Hm Das schon wie Ja so mal jetzt Was ist das Vieh? Das ist Oh 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 Sonst Sonst wäre es genau in deiner Nähe Ja es ist hier Es hat den Turm Ich bin doch mal weg Äh Ich bin doch mal weg Irritation Was sind das? ich wollte gerade sagen, springt du dumme Kuh, aber hat sich gerade erledigt alles knall ich immer, aber nur durch das, was ich eigentlich abknallen will Geil! Das Vieh will im Willen nicht sterben Wo bist du gerade? Gerade unten, ich lauf gerade nach oben Lebt das Vieh noch, oder ist es jetzt weg? Schön wär's, denn es tut er Ah, da hinten Toll! Ganz großes Kino Das gibt's nicht, ich geb dem Vieh schon Volle Breizeiten, stimmt einfach nicht Es ist tot Mann, will ich dieses Vieh hasse Okay Was haben wir denn hier jetzt alles gekillt? Die sind da Blendgranaten, ich weiß nicht, ob du die brauchen kannst Dann ist schon alles voll bei dir Guck mal hin Ich hab leider nichts mehr frei Die Heilung will ich mir eigentlich noch aufsparen, für den eigentlichen, für das eigentliche Problem So, Granaten We're still for Spray Really? Yep, hier ist n first at Spray Warte Warte So, das war jetzt nicht das, das ist gut im Moment So Danke Okay Hart geknüppelt hier, ne? Weiß was Ich seh doch da was Jetzt haben wir auch schon mal alles So Ich finde das đã Ich kann es nicht erklären Ja, ich höre Ich lasse deinen Regen jetzt für einen Moment Hier können wir mal kurz den Part cutten Das war's von Resident Evil 5 Und bis zum nächsten Mal Tschüss Euer The Lifehouse Alias Naul